Nachdenkseiten Die kritische Website Die erschöpfte Gesellschaft Ein Essay von Udo Brandes Fühlen Sie sich bisweilen erschöpft, überfordert und ausgelaugt? Dann liegen Sie damit voll im Trend, meint unser Autor Udo Brandes. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, was die Ursache für die gesellschaftliche Erschöpfung ist. Das Rheingold-Institut in Köln betreibt tiefenpsychologische Marktforschung und bietet seinen Kunden in Anführungszeichen unverfälschte Einblicke in die seelischen Zusammenhänge von Konsumenten. Mit anderen Worten, dort wird Deutschland regelmäßig tiefenpsychologisch durchleuchtet. Schon für das Jahr 2013 diagnostizierte der Geschäftsführer und Mitbegründer des Rheingold-Institutes der Diplom-Psychologe und Psychotherapeut Stefan Grünwald, dass Deutschland eine erschöpfte Gesellschaft sei. Dementsprechend hieß sein 2013 erschienenes Buch auch Die erschöpfte Gesellschaft. Einige Jahre zuvor, im Jahr 2010, diagnostizierte der deutsch-koreanische Philosoph Byung-Kul-Khan bereits eine Müdigkeitsgesellschaft. Ich wage mal die These. Am Zustand der Erschöpfung unserer Gesellschaft hat sich nichts in Richtung einer Abnahme dieser Erschöpfung geändert. Er nahm die Erschöpfung noch zu. Wohl jeder wird in seinem sozialen Umfeld oder an sich selbst Zustände von Erschöpfung und Resignation beobachtet haben. Dies lässt sich auch statistisch belegen. Der Fehlzeitenreport 2022 des Wissenschaftlichen Institutes der AOK stellt Folgendes fest. Zitat Zwischen 2012 und 2021 haben sich die Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund der Diagnosegruppe Z73. Das ist die Diagnose Burnout. Je 1.000 AOK-Mitglieder von 92,2 auf 141,8 Tage um mehr als 50 Prozent erhöht. Im Jahr 2021 stiegen die Arbeitsunfähigkeitstage je 1.000 AOK-Mitglieder im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 10,1 Tage an. Alters- und geschlechtsbereinigt hochgerechnet auf die mehr als 36 Millionen gesetzlich krankenversicherten Beschäftigten bedeutet dies, dass ca. 194.000 Menschen mit insgesamt 4,8 Millionen Fehltagen im Jahr 2021 wegen eines Burnouts krankgeschrieben wurden. Im Schrifttext finden Sie eine Verlinkung des Reportes an dieser Stelle. Und die Burnout-Erkrankten stellen aller Wahrscheinlichkeit nur die Spitze des Eisberges dar. Viele Menschen bewegen sich am Limit ihrer Leistungsmöglichkeiten. In Krankenhäusern arbeitet ein nicht unbeträchtlicher Teil des ärztlichen und pflegerischen Personals nicht mehr in Vollzeit oder kündigt und wechselt in andere Berufe. Ich empfehle Ihnen hierzu den im Schrifttext verlinkten Bericht des NDR-Magazins Panorama mit dem Titel Pflegenotstand – Wir kündigen. Weil Sie den Druck nicht mehr aushalten können. Und nicht ohne Grund ist die seit einigen Jahren mögliche Rente mit 63 sehr beliebt, statt bis zum Alter von 67 durchzuarbeiten. Allein in meinem sozialen Umfeld kenne ich mehrere Menschen, die früher in Rente gegangen sind, obwohl sie dafür Abschläge in Kauf nehmen mussten. Meine langjährige Hausärztin ist mit 59 Jahren in Rente gegangen. Sie hatte es zwar nicht gesagt, aber ich vermute, sie und ihr Mann, mit dem sie gemeinsam die Praxis betrieb, hatten die immer mehr bürokratisch verkomplizierte ärztliche Arbeit und die enorme Arbeitsbelastung einfach satt. Zusammengefasst kann man es meines Erachtens als Fakt betrachten. In unserer Gesellschaft breiten sich Erschöpfung und Niedergeschlagenheit aus. Und jetzt die 1000-Euro-Frage. Woran liegt das? Was erschöpft die Gesellschaft? Der deutsch-koreanische Philosoph Byung-Hul Han sieht die Ursache dafür unter anderem darin, dass unsere Gesellschaft sich von einer repressiven Disziplinargesellschaft zu einer modernen Leistungsgesellschaft gewandelt habe, in der die Menschen sich selbst antreiben. Zitat Die systemerhaltende Macht der Disziplinar- und Industriegesellschaft war repressiv. Fabrikarbeiter wurden durch Fabrikeigentümer brutal ausgebeutet. So führte die gewaltsame Fremdausbeutung der Fabrikarbeiter zu Protesten und Widerständen. Möglich war hier eine Revolution, die das herrschende Produktionsverhältnis umstürzen würde. In diesem repressiven System sind sowohl die Unterdrückung als auch die Unterdrücker sichtbar. Es gibt ein konkretes Gegenüber, einen sichtbaren Feind, dem der Widerstand gilt. Die heutige Gesellschaft aber sei anders. Hier ist die systemerhaltende Macht nicht mehr repressiv, sondern seduktiv, das heißt verführend. Sie ist nicht mehr so sichtbar wie in dem disziplinarischen Regime. Es gibt kein konkretes Gegenüber mehr, keinen Feind, der die Freiheit unterdrückt und gegen den Widerstand möglich wäre. Der Neoliberalismus formt aus dem unterdrückten Arbeiter einen freien Unternehmer, einen Unternehmer seiner selbst. Jeder ist heute ein selbstausbeutender Arbeiter seines eigenen Unternehmens. Jeder ist Herr und Knecht in einer Person. Auch der Klassenkampf verwandelt sich in einen Kampf mit sich selbst. Wer heute scheitert, beschuldigt sich selbst und schämt sich. Man problematisiert sich selbst statt die Gesellschaft. Zitat Ende. Hahn sieht also einen wichtigen Grund für die sogenannte Müdigkeitsgesellschaft, wie er seinen berühmten Essay nannte, darin, dass der Neoliberalismus unser Denken verändert hat und wir in uns selbst nach Fehlern oder Defiziten suchen. Das ist einerseits richtig, doch dazu später noch mehr. Aber das sogenannte mentale Problem, dass man sich für seine Lebenskonflikte nun selbst verantwortlich macht, ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass im Zuge der Durchsetzung der neoliberalen Ideologie eben auch ganz konkrete politische Entscheidungen durchgesetzt wurden, die die Gesellschaft und das Leben darin erheblich veränderten. Was jüngere Menschen nicht mehr wissen Die meisten jüngeren Menschen werden es wahrscheinlich nicht wissen und können es sich vielleicht nicht einmal mehr vorstellen, weil sie anderes gewöhnt sind. Die Telekom und die Deutsche Post bzw. DHL waren mal ein einziges staatliches Unternehmen. Ein Unternehmen, das von Beamten geführt wurde und ordentlich Gewinn machte. Zur Zeit der staatlichen Post hatte diese wesentlich mehr Mitarbeiter und einen wesentlich besseren Service. So gab es zum Beispiel viel mehr Briefkästen, die später gelehrt wurden und die eingeworfenen Briefe wurden im Regelfall trotzdem am Folgetag zugestellt. Die Mitarbeiter hatten gute Arbeitsbedingungen und Löhne. Das Management bestand aus Beamten im Postministerium mit normalen Beamtengehältern. Manager mit Millionengehältern und Aktionäre, die die Gewinner einstreichen, gab es nicht. Und wie sieht es heute aus? Dazu ein Beispiel aus meinem Heimatland Niedersachsen. Der Norddeutsche Rundfunk meldete am 29. September folgendes. Der Breitbandausbau durch die privaten Telekommunikationsfirmen kommt seit Jahren nur schleppend voran, obwohl er von der öffentlichen Hand bezuschusst wurde. Ich bin mir ziemlich sicher. Hätten wir noch eine staatliche, gemeinwohlorientierte Telekommunikation, hätten wir ein wesentlich besseres Netz, das auch wesentlich billiger erstellt worden wäre. Das gleiche Phänomen findet man in allen Ecken der Gesellschaft, in denen zuvor staatlich oder öffentlich erbrachte Leistungen privatisiert wurden. Zum Beispiel beim Autobahnbau. Ein weiteres Beispiel ist der Schulbau in Berlin oder die moirode Deutsche Bahn, die für den Börsengang fit gemacht werden sollte, was dazu führte, dass mehrere tausend Kilometer Schienenstrecke in Deutschland stillgelegt wurden und viel Geld im Ausland in angeblich profitable Verkehrsunternehmen investiert wurde. Die Folge? Zugfahren ist heute sehr anstrengend, weil die Deutsche Bahn nicht annähernd so funktioniert, wie sie funktionieren müsste. Und wie es durchaus möglich wäre, wenn sie gemeinwohlorientiert geführt würde. Das Gegenbeispiel ist die Schweizer Bahn, die hervorragend funktioniert und eine echte Alternative zum Auto ist. Aber in Deutschland gilt inzwischen, um pünktlich irgendwo anzukommen, sollte man einen großen zusätzlichen Zeitkorridor einplanen. Oder letztes Beispiel, die Krankenhäuser, die durch die neoliberale Ökonomisierung und Profitorientierung heruntergewirtschaftet wurden, worunter alle leiden, Patienten, Pfleger und Ärzte. Nicht wenige Menschen haben deshalb heutzutage Angst davor, sich im Krankenhaus behandeln lassen zu müssen. Reform ist, wenn alles immer schlechter wird. Es ist immer dasselbe. Durch Privatisierungen werden gesellschaftlich notwendige Leistungen, die zuvor von der öffentlichen Hand erbracht wurden, teurer, schlechter und ineffizienter. Und kleine Klicken wie Management und Aktionäre profitieren. Eine Karikatur aus den 90er Jahren in der Frankfurter Rundschau, damals war das noch eine linke Tageszeitung, brachte dies gut auf den Punkt. Man sieht ein Klassenzimmer mit Schülern und der Lehrerin. Diese hat an die Tafel eine Frage geschrieben. Reform, was ist das? Ein Schüler antwortet, Reform ist, wenn alles immer schlechter wird. Dieser Satz bringt exakt neoliberale Politik auf den Punkt. Diese Art von sogenannten Reformen hat Folgen und verändert das alltägliche Leben. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit nenne ich hier mal einige Beispiele für Fehlentwicklungen, die durch die neoliberale Politik der letzten Jahrzehnte verursacht wurden. Der extreme Mangel an Wohnungen und die damit zusammenhängende Existenzangst für viele Menschen. Dazu gehört auch die extreme Verteuerung am Wohnungsmarkt, die dazu führt, dass selbst für Gutverdiener Wohnungen unbezahlbar werden können. Niedriglöhne. Vermutlich eine wesentliche Ursache für den Fachkräftemangel. Angst vor Altersarmut, da das Rentensystem ruiniert wurde, um der Versicherungsindustrie milliardenschwere Profite zuzuschanzen. Krankenhäuser, die mehr recht als schlecht funktionieren und unter Personalmangel leiden. Einen Termin beim Arzt zu bekommen, kann Monate dauern. Ich selbst habe das nicht nur einmal erlebt. Völlig überforderte Schulen. Und die Migrationskrise, die zu einer Forcierung des Wohnungsmangels führt und zu einer erheblichen Überforderung von Kommunen, Schulen und anderen Einrichtungen und Behörden. Diese Aufzählung erhebt, wie gesagt, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll nur eines veranschaulichen, dass der normale Alltag für viele Menschen anstrengend, überfordernd und nervenziehernd geworden ist. Und dass eine erschöpfte und frustrierte Gesellschaft nicht nur, aber zu einem erheblichen Teil durch neoliberale Politik verursacht wird. Und dass diese Ideologie parteiübergreifend betrieben wird. Wir haben sozusagen eine neoliberale Querfront von links nach rechts. Einer der Gründe, warum Wähler der AfD eines Tages ein böses Erwachen erleben könnten. Warum gab es keinen Aufstand gegen die neoliberale Politik? Wie war das alles möglich? Warum gab es keinen Aufstand gegen die neoliberale Politik? Neben der vielfältigen politischen und medialen Propagandamaßnahmen, man denke zum Beispiel an die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ist ein nicht zu unterschätzender Grund dafür, dass die neoliberale Ideologie über den Umweg des Privatlebens in die Köpfe der Menschen verankert werden konnte, mit Selbstoptimierungs-, Erfolgs- und Glücksstrategien. Dadurch fand das entpolitisierte, individualisierende Denken »Jeder ist seines Glückes Schmied« Einzug in die Köpfe der Menschen. Dazu gehört auch die Illusion der Kontrolle, die mit Bestseller-Titeln wie »Die Entscheidung liegt bei dir« den Menschen vermittelt wird. Solche Titel suggerieren »Wenn du dich anstrengst und wenn du die richtige Strategie anwendest, dann kannst du alles erreichen und genau so leben, wie du leben willst.« Diese Illusion ist deshalb so attraktiv, weil sie narzisstische Allmachts- und Grandiositätsfantasien beflügelt und das Selbstwertgefühl steigert. Aber auch Menschen regelrecht krank machen kann, wenn sie daran glauben und erleben müssen, dass diese Strategien nicht den gewünschten Erfolg bringen. Ich empfehle Ihnen das Buch »Positives Denken macht krank« vom Schwindel mit gefährlichen Erfolgsversprechen von Günter Scheich. Wer diese Erfolgs- und Selbstoptimierungsideologien verinnerlicht hat, für den sind die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse etwas Selbstverständliches, sozusagen die natürliche Form des Lebens. Und kein von Menschen hergestellter Zustand. Aus dieser Perspektive denkt man nicht mehr in kritischer Weise über gesellschaftliche Zustände und Machtverhältnisse nach, sondern nur noch darüber, was man als Einzelner tun kann oder tun muss, um sein Glück zu schmieden. Eine der populärsten Strategien dabei ist Achtsamkeit. Achtsamkeit – die Spiritualität des Kapitalismus Ronald Peirce, Professor für Management in der San Francisco State University und selbst ordinierter buddhistischer Lehrer, hat dazu ein aufschlussreiches Buch geschrieben mit dem Titel »Wie Achtsamkeit die neue Spiritualität des Kapitalismus wurde«, indem er mit dem beliebten Trend zur Achtsamkeit als Mittel zum Stressabbau abrechnet. Er vertritt die These, dass Achtsamkeit zu einer banalen Form von Spiritualität im Kapitalismus verkommen sei und dem Neoliberalismus den Weg ebne. Peirce beleuchtet in seinem Buch, wie Konzerne, Schulen, Regierungen und das Militär sich Achtsamkeit als Mittel für soziale Kontrolle und Ruhigstellung angeeignet haben. Und hinterfragt das dazugehörige Narrativ, nachdem Stress vor allem selbst geschaffen und eigenständig lösbar sei. Und Achtsamkeit ein Allheilmittel dabei. Was also tun? Meines Erachtens ist es für eine politische und gesellschaftliche Umkehr notwendig, immer wieder die neoliberale Ideologie hinter den konkreten Politiken zu thematisieren. Ich vermute, auch die AfD würde schnell wieder an Zustimmung verlieren, wenn deren Anhänger sich bewusst würden, dass die AfD eine zutiefst neoliberale Partei ist. Zweitens müsste die Asozialität und das Antidemokratische an der neoliberalen Ideologie, die bei Weitem nicht nur eine Wirtschaftsideologie ist, immer wieder herausgearbeitet und sichtbar gemacht werden. Und natürlich müssen die Parteien massiv für ihre neoliberale Politik kritisiert werden. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass man CDU-Politiker damit konfrontiert, dass christliche Werte nicht mit einer asozialen, rein ökonomisch orientierten neoliberalen Politik vereinbar sind. Und die Christdemokraten daran erinnert, was einst Jesus laut Bibel sagte, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.